Fahnträger, also was muss man dafür tun? Wie wird man Fahnträger? Für Fahnträger, man wird erster Vorsitzender und dann kann man alles machen, was man fahren will. Wunderbar, da hat er sich die Fahne ausgesucht. Man wird einfach mal Chef. Ich werde Chef, dann trage ich die Fahne. Hallo, woher seid ihr? Banzai! Wie geht das Tor zum Rheingau? Jetzt dachte ich kurz, jetzt kommt die FDP. So, aber ihr seid hier aus? Neunheim, alles klar. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr den Regenschirm eigentlich gar nicht braucht. Der TV Wallau. Ja! Hallo, ich komme aus Wallau. Wo kommt ihr her? So muss es sein. Ja, aber lassen Sie irgendwann mal wieder runter, gell? Das ist ja gar gut, als wir. Mit eurem Arm, Arm! Echtborn! Brutz! Bekannt für den Echtborn der Kreisel! Ja, du hast hier! Ja, du hast hier! Ja, du hast hier! Na, du hast hier! Oh! Holger, hier ist... ...Soboth! places Hoenexes und so rich! Oh! Das ist ein Gott! Oh Gott! ... und Gott! Oh! 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 Ja, schade, oder?